Eine Welt, die bis ans Mark gefroren ist. Der zersplitterte Mond hat die Überlebenden in einen ewigen Winter gestürzt. Kältezonen dominieren die Landschaft und nur die Mutigen riskieren alles für lebenswichtige Ressourcen. Traue keinem, aber vergiss nicht, dass du alleine keine Überlebenschance hast. Wirst du den Wiederaufbau schaffen oder wirst auch du ein Opfer des Permafrost? Jetzt Wischlisten!